Nicht? Okay, dann nicht. Na, sieh mal einer an. Hagen! Beruhige dich, Mädchen. Mit deinem Körper wird nichts geschehen. Ich suche schon viel zu lange nach einem solch jungen Körper, in den ich schlüpfen kann. Mit meinem Körper kann ich unmöglich diese Welt beherrschen. Also werde ich jetzt seinem Körper benutzen. Und jetzt, liebe Freunde, jetzt werde ich die Mana-Festung erobern und die Welt regieren. Was macht er da? Hagen! Nein, werde ich doch. Und warum greift ihr nicht ein? Es ist doch... Aha. Genau, knall ihm ein, das ist richtig. Du freches, kleines Mädchen. Gib mir sofort diesen Körper zurück. Du bist... Ah! Juhu, weg ist er. Nicht? Hagen! Bist du es? Ich hab einen neuen Körper! Und er fühlt sich gut... Oh nö. Tantalus! Nein! Das darfst du nicht! Halt den Mund, du hysterisches Biest! Hahaha! Häh? Huch! Ich kann mich nicht. Du kannst dich was? Was denn? Auf Klo? Was ist denn? Faena, hörst du mich? Ich bin es. Hagen. Ich bin immer noch in meinen Köpfen, aber Tantolos ist stärker. Er wird mich besiegen. Aber Dropsing, kann ich euch helfen? Tantolos hat einen Pakt mit der Hölle geschlossen. Nun ist er unsterblich. Allerdings nur, solange seine Seele in einer Behausung hat. Einen Körper. Huch jetzt! Ich werde Tantolos vernichten, auch wenn ich dabei sterben muss. Flynn, du kümmerst dich um Faena, wenn ich nicht mehr da bin. Hagen, hör auf! Du darfst nicht sterben! Oh shit. Aufhören. Sofort. Ich brauche diesen Körper sonst. Na gut, dann werde ich ihm euer Körper nehmen. Ich habe Angst. Schon dieses... Die sich nicht erbär haben. Ach du Scheiße. Ich finde ich nicht in Ordnung. Ich finde ich mal so, ja nicht in Ordnung von dir. Cool. Das funktioniert. Nein, Leute, ich habe nicht so Angst vor diesem Typen. Ich habe Angst vor der Musik. Boah ey, ich würde fünf Tage lang ein Alträume haben. Von dieser scheiß Musik ey. Ich werde Paranoid. Äh, sollte ich morgens plötzlich die Musik hören? Das werde ich nicht. Na, was ist das? Wie hörst du damit auf? Oh ja. Tim Rock. So, nee, das ist auch nicht... Shit, ist das? Hm. Und versuchen wir es halt damit. Oioioioi. Ey, was soll der Mist? Du sollst mit angreifen. Oh Gott, Junge, wie viele hast du denn? Wie viele MP hast du? Ich hab gar keine mehr. Scheiße. Uioioioioi, das sieht aber süß aus. Na gut. Anders halt. Oioioioioioioi. Na gut. Sonst sind wir halt andere Seiten auf. Ja. Drei, vier. Uuuh, das spricht nun gar nichts. Oh shit. Hä? Uuuh, auf sie natürlich. Oh shit. Die Mucke. Oioioioioi. Du hast eigentlich angreifen. Warum suchst du nichts? Oioioioioioioioi. Ach Gottchen. Das ist aber jetzt die letzte, die benutzt. Klar. Aioioioioioioi. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Du machst mir Angst. Geh weg. Geh weg. Woopsa. Gut, dann... Geh weg. Geh weg. Es bringt gar nichts. Geh weg. Geh weg. Weossible und endlich viel ein Filme. hands по streit. Was war w W w o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j. Ha ha ! ise aber ungern ein. Ja, wo bist du? Aha. Wo bist du? Hallo! Verstecken wir es nicht. Ich krieg immer die falsche Tatsche. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Das ist für Hagen, ja? Blöd, Mann! Boah, die Musik! Ich hab Känsehaut! Muss man so ne Cam haben? Hier! Wo die Känsehaut! Funktioniert wieder! Arme Feiner! Hagen! Mies! Richtig mies! Feiner! Ja, und jetzt? Rataratatata! Was zum? Ja, genau! Was zum? Was geht hier ab? Schnell raus hier! Oh, oh, oh! Oh, Mjivi hat jetzt Schlaganfälle oder was? Was ist los? Puh! Alles okay! Wir müssen hier raus! Sofort! Da stimme ich zu! Wir gehen nochmal sofort! Oioioioioioioioioioi! Der Mana-Draffe! Das ist doch Lufti! Lufti? Nein! Aber sieht ihm sehr ähnlich! Schnell! Der Drache ist im Begriff diese Welt zu stürzen! Bring ihn um! Umbringen? Ich... Ich kann den Mana nicht umbringen! Arzt ja, wir müssen hier auch mit einem kommen! Das bedeutet, wir müssen hier auch mit dem Schatten einbundeswerten, die Frage, dass wir hier auf der commissioner auch mit den Schatten einbundeswerten machen!